Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, geht es ja um Verdauungsstörungen. Und nun kann ich heute nicht über alles reden, sondern ich möchte das Thema für heute begrenzen. Und zwar fängt es ja in der Regel hier oben am Esszimmer an. Und das hat aber auch etwas zu tun mit den Augen. Also ich muss das Essen sehen, ich muss eine Menge definieren und das Ganze muss auch noch schmecken und es muss auch noch riechen. Und leider gibt es dazu eine ganze Reihe von Störungen und das soll heute unser Thema sein. Bei dem Thema Geruchsstörungen stellt man sich natürlich erst mal die Frage, was ist das eigentlich? Riechen hat etwas zu tun mit Wahrnehmung von Düften, Gerüchen oder auch von Warnfunktionen. Wenn ich also zum Beispiel den Duft meines Partners nicht mehr wahrnehmen kann, ihn nicht mehr riechen kann, dann habe ich ein Partnerschaftsproblem. Wenn ich die Gerüche, die eigentlich nur ganz sanft irgendwo an der Haut sein können, auf drei Meter Empfarnung riechen kann, dann hat sich jemand übereingedieselt. Wenn ich in eine Räumlichkeit hineinkomme, wo es wie in einem Pumakefig stinkt, dann hat schon längere Zeit keiner mehr gelüftet und der Geruchssinn ist der Sinn, der sich am schnellsten adaptiert. Sodass ich also, wenn ich konsequent immer mit gewissen Düften konfrontiert bin, die auch wirklich nicht mehr in dieser Form wahrnehmen kann. Ich muss also auch Neutralisationsphasen dazwischen haben. Das sind jetzt die funktionellen Störungen. Wenn es aber um toxische Schäden geht, dann stellt sich die Frage, was mache ich eigentlich? Zum Beispiel beruflich. Also habe ich ständig einen Pinsel mit irgendwelchen Lösungsmitteln in der Hand? Oder arbeite ich an irgendwelchen chemikalischen Prozessen? Oder komme ich mit irgendwelchen anderen Abgasen in Berührung? Oder habe ich andere toxische Freisetzungen, wie zum Beispiel ein Maurer, der Zement anmischt? Oder wo Kalk ist? Oder wo irgendwas als Staub sich immer wieder auf meine Schleimhaut setzt und die austrocknet? Oder dann auch kaputt macht und Risse erzeugt? Oder verätzt sozusagen, weil der pH-Wert oder verlaugt, weil der pH-Wert sich verändert? Bin ich in irgendeine neue Umgebung eingezogen? Also habe ich Lösungsmittel aus dem Weichmacher, aus dem Teppich oder aus der Tapete? Es gibt ja diese Strukturtextiltapeten, die mit irgendwelchen komischen Klebern an die Wand gebracht werden. Die dann also auch Wohnraumgifte erzeugen, die wenn ich nicht regelmäßig lüfte, also durchaus auch toxische Bereiche erzielen können. Habe ich neue Medikamente, die ich einnehme? Oder habe ich mein Essverhalten verändert? Oder erfordern diese ganzen Substanzen, die ich gerade aufgezählt habe, ein Mehrbedarf an Vitalstoffen, damit das Entgiftungssystem des Körpers da überhaupt in irgendeiner Form noch mit klarkommen kann? Dann liegen Infektionen im Raum, Virusinfektionen, Pilzinfektionen. Nutze ich ein Mundwasser zum Beispiel? Oder habe ich irgendwelche Entzündungen im Zahn-Mund-Kiefer-Bereich, die vielleicht auch Fäulnisgifte freisetzen, die auch Fäulnisgerüche machen? Habe ich einen Mundgeruch, der die Leute dazu zwingt, drei Meter Abstand von mir zu halten? Wenn, wo es früher bei der Bundeswehr hieß, wenn ein Stubendurchgang war, sehen Sie mich noch? Nein, aber ich erkenne Sie am Mundgeruch, Herr Munteroffizier. Also solche Dinge, die da also hinterher kommen können, sind Teil einer Anamnese und einer möglichen Geruchsstörung. Und da gilt es natürlich wirklich mal herauszufinden, wo liegt der Hase im Fässer, wo können wir ansetzen, laborchemisch, arbeitsmedizinisch, wohnraumgiftechnisch, gewöhnungstechnisch. Also da lohnt es sich wirklich mal hinzusetzen und überlegen, seit wann habe ich das und was hat sich in meinem Umfeld verändert. Bei den Geschmacksstörungen geht es ja eigentlich um das Thema sauer, bitter, süß, salzig. Vielleicht kann ich auch noch scharf zusätzlich dazu geben. Wenn der Geruchssinn nicht funktioniert, dann kommt der Geschmacksinn in den Vordergrund. Viele, gerade ältere Menschen, haben mit zunehmendem Alter eine Geruchsstörung. Und damit irgendwie Geschmack an die Sache kommt, salzen sie oft zu viel. Oder machen es besonders scharf. Oder lieben Bitterstoffe, die ja viel Verdauung letztendlich auch gut sind und ja vielen Dingen abhandengekommen sind. Oder machen es besonders süß. Wichtig ist, dass auch diese Geschmackssysteme adaptieren. So wie der Geruchssinn ja sehr schnell adaptiert, kann auch der Geschmackssinn sich an das Thema süß oder salzig oder bitter oder scharf gewöhnen. Nicht umsonst rühmen sich manche Menschen damit, welche Chilischoten sie, also ohne mit den Augen zu tränen oder denen ein rotes Gesicht zu bekommen, essen zu können. Oder wie viel Salz oder wie viel Senf sie in einer Minute essen können, um dann irgendwie eine Wette zu gewinnen. Das muss man irgendwie rantrainieren, das kann man alles machen, ist aber nicht gesund und auch nicht zu empfehlen. Aber es ist adaptiert. Und es führt eben zu Folgeerscheinungen. Wenn man zu viel Salz hat, steigt der Blutdruck, steigen die Entzündungswerte, steigen bestimmte Interleutine 17 zum Beispiel an, was mit Schuppenflechte zusammenhängt, was man aber auch bei der Multiple Sklerose eine Bedeutung haben kann. Und wenn man zu wenig Salz hat, also damit sozusagen dann den osmotischen Druck in seiner Blutbahn nicht mehr aufrechterhält, wenn die roten Blutkörperchen schwellen, wenn die Zellen schwellen, wenn man dann plötzlich schwindelig wird und Unsicherheiten entwickelt, Denkstörungen entwickelt, dann hat man das andere Extrem erreicht. Und daher ist es wichtig, dass man auch individuell mal misst, wo liegen eigentlich die Natriumchloridwerte, wo sind meine Kaliummagnesiumwerte und nicht nur sagt, Salz ist nicht gut oder Salz ist besonders gut, sondern muss wirklich individuell gucken, wo man steht. Wenn man schwitzt, verschwitzt man viel Salz, wenn man viel trinkt, pieselt man auch sehr viel Salz wieder aus und andere Mineralstoffe mit, dass man auch mal die Trinkmenge wirklich erfasst. Das sind so Dinge, die kann man zum Beispiel mit einem Verzehrprotokoll erfassen über zwei Wochen, da hat man einen guten Durchschnittswert und dann kann man schauen anhand der Empfehlung der DGE, wo sie liegen. Und wenn man parallel noch Blut abgenommen hat, dann weiß man optimal im Vergleich zwischen Messwert und theoretischem Nährwerttabellenwert, wo ist denn die wirkliche individuelle Wahrheit und daran kann man das Ganze dann anpassen. Unser Oberthema sind ja die Verdauungsstörungen. Geruch, Geschmack und Verdauung hängen insofern zusammen, dass natürlich das ein wichtiger Stimulus dafür ist, dass der Körper auch seine Verdauungsenzyme produziert und zur rechten Zeit am rechten Ort bereitstellt. Und dass natürlich auch der Appetit kommt. Der Appetit wird ja beim Essen mitunter entwickelt, weil sich eben diese ganzen Geschmackstoffe entwickeln, weil plötzlich auch unsere ganzen Verdauungsenzyme dabei kommen, weil es einfach so richtig lecker schmeckt. Und wenn man das dann noch ausreichend kaut, ist halb verdaut und dann auch genüsslich schluckt und dem Körper Zeit lässt, dass er auch ein Sättigungsgefühl entwickeln kann, dann ist diese Nahrungsaufnahme nicht nur eine lästige Pflicht, sondern es ist ein wirklich zufriedenstellendes Erlebnis. Und man sagt, ich freue mich schon auf die nächste Mahlzeit, wenn man dann auch noch zusammen an einem Tisch sitzt, das also als ein Social Event praktiziert. Wenigstens einmal am Tag sitzt die Familie am Tisch, dass man sich sieht, dass man sich austauscht, dann funktioniert es. Sollte das mit dem Speichel nicht klappen, ist natürlich die Frage, woran liegt es? Habe ich eine Autoimmunkrankheit, eine Xerostomie, eine Dermatomyositis, eine Zürcherensyndrom, also etwas, wo sozusagen die Zellfunktionen der Speichelbildung und der Tränenflüssigkeitsbildung eingeschränkt sind? Muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie kann ich diesen Autoimmunenprozess wieder begrenzen? Ganz zur Ruhe zu kriegen ist natürlich eine Idealvorstellung, klappt nicht immer, aber es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten auch in dieser Richtung zu schauen und es lohnt sich, dass Sie Ihren Arzt darauf ansprechen, was man in dieser Richtung tun kann. Für heute sage ich jetzt einfach mal guten Appetit und nächste Woche geht es dann ein Stückchen weiter runter. Sie müssen ja auch noch schlucken, es muss durch die Speiseröhre kommen, es muss im Magen ankommen, es soll nicht wieder zurückkommen, es muss den Magen auch verlassen können, es soll auch hier und da nicht drücken, es soll nicht blähen. Also es gibt viele Fragen, die auf dem Weg von hier nach da auftreten können und ich denke mal darüber nach, was ich Ihnen nächste Woche darüber erzähle. Bleiben Sie dran, ich freue mich drauf. Bis nächste Woche, Ihr Dr. Wichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017